Wir haben uns ja angeguckt, Schalke hinrunde, aber es ist ein Meme. Wir gucken uns jetzt an, Dortmund hinrunde, aber es ist ein Meme. Ich bin einmal ganz kurz reingeskippt und dachte mir, komm, können wir eigentlich auch im Stream machen. Okay. Stranger Things Intro. Edin Terzic. Anthony Modest. Marius Wolf, Niklas Süle. Adichemi und Mokoku. Gregor Kobel, Alexander Meyer. Sebastian Kehl. Edmarco Rose. Ich finde das geil. Ja. Ja, ihr wisst. Let's please welcome home a lifelong City fan, the most exciting talent in Europe, City's 2, Sopadai, Daly Pollard! Weiß ich nicht! Hallo! Weiß ich nicht! We do not care! We do not care! We do not care! Dortmund wird ein Mann beschuldigt, dass er die Liga kaputt kaufen will. F This is cancer! Dortmund hat keinen Stürmer, da muss Sebastian Kehl schnell etwas tun. Am Samstagabendspiel, das viel versprach und wenig hielt. Dortmund gegen Leverkusen. Sorry Karim, wenn du das siehst. Auf dich lieb, Bro. WTF? It's Beckenbauer Regen Season, was? Stop the cap! Was macht Schüter Schubectender? Fake! Gleich noch Mickys Bruder! Surinuable deutsch! Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Der muss doch rein, da steht ein Feldspieler im Tor. Egal, Dreier zum Auftakt, die... Was geht ab, Freunde? Die Reise der... Dortmunder. Es geht weiter, jetzt führt sie uns nach Freiburg. Ich hoffe, dass Schlotti uns bei seiner Rückkehr ein paar Geschenke macht. Nein! Ey, Digga, du verkrackter Notensohn. Ich rasier deine getönten Haare, so wie ich gestern Nacht deine Mutter rasiert habe. Die Hu... Digga, diese Videos sind so gut. Das ist so gut. Ey, Digga, du verkrackter Notensohn. Ich rasier deine getönten Haare, so wie ich gestern Nacht deine Mutter rasiert habe. Komm runter, Christian, ich regel das schon. Du wirst von drei Dortmundern gedeckt. Matze, das wird nix. Ihr unterschätzt meine Macht. LOL! Aua! Ah! Zur Halbzeit liegt Schwarz-Gelb hinten, wie werden sie wohl ägern? Das Beste ist einfach ein Flutschfinger. Das Beste ist einfach ein Flutschfinger. Der war auch schon im Schalke-Video drin, der Flutschfinger. Das Beste ist einfach ein Flutschfinger. Hä? 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 Danke, Jude. Lass Mama mal schnuppern. Sechs Punkte aus zwei Spielen läuft doch prima für uns. Ich habe Angst vor dem, was jetzt kommt. Aber das kann in meinen Augen nicht darüber hinwegtauschen, dass diese BVB-Mannschaft, so wie sie gestern oder am Freitag gestartet ist, immer noch viele Grundprobleme hat, die letztes Jahr schon genauso da gewesen sind. Das ist, also, die Schnulli Startelf genommen, die da gespielt hat gegen Freiburg, ist diese Mannschaft in meinen Augen einfach, vor allem auf den entscheidenden Positionen, zu langsam. Hä? 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 Das ist A Äh 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 Eigentlich mit Sturm Hoffnung an Tomi Moody... Äh Ahhh. Döööööööööööööööööööööööööööööööehäa EIs. Fußball ist ein Ergebnissport und wir liefern Ergebnisse. Ein Tor hilft euch nicht, es läuft bereits die N-Nachspielzeit. Wui! Spiel auf Back! Digger, ich weiß noch, wie wir einfach einen Tag später Ed Broski hatten mit Schlotterbeck zu Gast. Der war so sauer, Digger, der war so sauer. Einfach nicht mal 24 Stunden später musste er sich bei mir in die Show setzen. Der war angesäuert. Das will nicht sein! Boah, ganz, ganz bitter an die ganzen Doren, ich spiele mit euch. Obwohl ich kein Doppelfand bin, das ist echt schlimm. Das ist nicht schlimm. Wer ist denn das? Ich kenne ihn nicht. Kenn man nicht? Obendrauf kommt ja noch, dass speziell die Spiele gegen Leverkusen und Freiburg auch hätten anders ausgehen können. Sieben Minuten später. Was geht, Funky? Wolf auf Özcan und der auf Modest. TikTok. Ja, okay. Ich kenne keine TikToker. Dann brannt wieder Reus, der Siegtreffer für Dortmund. Ja, jetzt egal. Lass uns nicht darüber reden, Alter. Diese engen Ergebnisse bei Dortmund machen mir echt Sorgen. Das wird früher oder später in einem Knall enden. Das verspreche ich dir. Was sagst du dazu, Niklas? Es gibt keine Versprechen, die ich nicht halten kann, außer auf Tinder. Na, kennt ihr mich noch? Safe. Ein Hurensöhne-Verein stellt nur Hurensöhne ein. Tor des Monats. Jungs, das war eine Ecke und ein Standard-Tor. Das können wir safe drehen. Here's another one. Easy. Aber ich will jetzt gar keine Schuldzuweisung machen. Was wird dieser Welt gleich tun? Eine Schuldzuweisung? Keine Schuldzuweisung. Oh mein Gott. Aber ich will jetzt gar keine Schuldzuweisung machen. Wo ich gleich eine Schuldzuweisung machen möchte, ist Thomas Meunier. Dortmund muss unbedingt versuchen, mit einem Sieg in Korn die Krise abschwunden. Mal gucken, ob sie das schaffen. Hey, ihr seid mir doch nicht böse, wecken meinen Abklang. Nein, alles super, Salih. Bruder, bin ich aber B. Hey, ihr seid mir doch nicht böse, wecken meinen Abklang. Nein, alles super, Salih. Bruder, bin ich aber B. Kommt, Jungs, lass der Träter-Truppe mal zeigen, wie man Fußball spielt. Alles klar, Boss. Zwei gegen eins, Bruder, das ist unser Ball. Ganz ehrlich, null Bock auf Zweikampf, aber... Im ersten Durchgang ebenfalls offensiv, aber selten gefährlich. Was ist ein Stellungsspiel? A few minutes later. Dortmund schickt das Spiel in knapp drei Minuten her. Natürlich kann ich noch einen draus setzen. Will mich keiner angreifen? Oh. Stabiles Spiel, Jungs. I'll come out my house, I'll break your fucking legs, you know? Oh my god. Yippee! Thank you. Boom. Hey, mit L und Tricks. L und Tricks, so eine Legende. Oh my god. Hey, mit L und Tricks, so eine Legende. Okay, Bossy, ich verstehe. Ich dürfte die GRN, wenn ich meine Mama verloren habe. Ist das gut, ey, geil. Ja, boah. Best auf Hashtag echte Liebe für Tony Modest. Hier stinkt jedes Spiel ab wie die Pestenden Modest. Terminant Modest, Contract Nothings. Modeste Mücken. Modest Jahrhunderttransfer. Ich hasse ihn, Mann. Ich werde den Typen noch finden und... Beibringen, wie man Stürmer spielt. Wie kann man so scheißern wie Mod... Generell, was Schotterbeck da macht, finde ich. Denn er startet ja rein in einen steilen Ball. Behält die Ruhe in dem Augenblick, hab ich schon gedacht, oh, was macht er, um abzudrehen und nicht direkt aufs Tor zu steuern. Hält den Ball in den Augenblick und bringt eine tolle Flanke. Ich kann es! Modest, Modest, Anthony Modest, 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 So, ein Erfolgserlebnis gegen die Bahn. Muss die Dortmunder doch aus der Krise holen, oder? Aber man sieht auf jeden Fall, Union Berlin ist immer nah beim Mann. Wir haben gar keine Zeit. Jetzt muss Kobel erstmal hin. Denn was macht denn der Kobel da? 1-0 für Union Berlin, Mann! Leck mich doch! Ich habe 1A zurückgearbeitet, jetzt kläre ich den Ball, wie ich es in der F-Jugend gelernt habe. Immer durch die Mitte. Danke! Hey Jungs, wisst ihr, wo ich hier eine Werbebande schlagen kann? Ihr Jungs, schaut mal hier, die Nummer habe ich mir in Berlin geklärt. Tinder zu wild in Berlin. Eh Digga, nervt mal nicht. Ernst, sogar lasst uns kochen. Fußballspielen läuft nicht so. So, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich glaube, ich muss mal Frust ablassen, irgendwie. Das kommende Spiel ist ein absolutes Topspiel und könnte den Rest der Saison abgeblich beeinflussen. Deshalb sage ich 3-1, Sieg für Eintracht Frankfurt mit unter 40 Prozent Ball. Sieg für Eintracht Frankfurt. Boah, stimmt, da war Frankfurt viel besser in dem Game, oder? mit unter 40 Prozent Ball. Dann, 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 dann. Da 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 ... Erwetta! Erwetta! Ja! 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 Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, Gott! Bellingham spielt aber auch so eine kranke Saison, der hat hier so einen Rucksack, Alter. 2,3 zu 0,7 Expected Goals nach Anpassung auf Bundesliga. Ja, das spricht eine eindeutige Sprache. Das spricht eine Sprache vom Spiel, dass die Eintracht eigentlich nicht verlieren darf. Es gibt Chancen über Chancen. Noch mehr Schmerzen beim Bochumer. Das nächste Missgeschick, Guerrero, wird unfreiwillig umgegrätscht. Alles gut, da fuggieren wir eine Krise in die Winterpause. Oh my God! Ey, was ein Video schon wieder. Was ein Video schon wieder. So gut, Digger. So gut, Digger.